Moin meine lieben Freunde, schön dass ihr eingeschaltet habt zu unserem heutigen Video. Heute haben wir was Großes am Start, deswegen ist das Bild noch leer, aber wir haben eine Box, der Gerät wird nie müde. Wir haben eine schöne Box bekommen, eine Mystery Box tatsächlich von PokeWirt. Die werden wir gemeinsam öffnen und mal ein bisschen Reviewen und unser Feedback geben. Lohnt es sich so eine Mystery Box zu holen oder ist das eher übelster Scam mit Restbestand, der einfach nur reingeworfen wird bei dem Ganzen? Also ganz offen ehrlich unsere Meinung zu dem Ganzen. Wie kam es dazu? Warum habe ich überhaupt diese Box geholt? Ich kann es euch einmal zeigen Freunde und zwar hier, Mystery Box, 10% mehr Inhalt. Ich habe die Größe M geholt für 50 Euro, heißt ungefähr, Warn im Wert von 60 Euro müssten wir reinbekommen. Ich bin aber tatsächlich über Umwege da drauf gekommen und zwar habe ich von denen über Instagram Werbung bekommen, ja Sale und ich habe ein Case gebraucht, so ein Acryl Case für meine Top Trainer Box von Drachenwandel. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen den Wert nachgeguckt, genau den Wert nachgeguckt von den Top Trainer Boxen und bin fast vom Stuhl gefallen. Dementsprechend dachte ich mir, ich hole mal so ein Acryl Case zur Aufbewahrung, habe da was gefunden und dann gedacht, ach komm, weißt du was? Ich hole noch irgendwas dazu aus dem Sale. Was können wir noch mitnehmen? Da gab es so ein paar Top Trainer Boxen etc. Ich war nicht ganz zufrieden mit der Auswahl. Dementsprechend dachte ich mir, komm, wir nehmen mal so ein Gerät hier mit und schauen uns das Ganze im Video gemeinsam an, Freunde. So vorne, wir öffnen das Ding einmal gemeinsam und wie gesagt, wir schauen, was dann drin ist und ob sich das Ganze echt lohnt oder wirklich eine Resteverwertung ist. Wir haben auch bei dem Ganzen mal den Code vom guten Ganzen sehr hart ausprobiert. Da gibt es ja ab 30 Euro ein Gratis-Booster. Das würde mich jetzt auch nämlich mal super interessieren, ob wir denn hier ein Müll-Booster bekommen, so Resteverwertung wie a la Pokémon Go oder packen die vielleicht doch schon was Gescheites da mit rein für ein. Ich hatte den geschrieben in den Notizen, bitte gib mir deutsche Produkte, würde ich mich freuen, tatsächlich, oder präferieren. So vorne, da ist das Ding, da seht ihr es einmal, ist noch alles zu. Ich hole die Sachen einzeln einmal raus und dann gucken wir uns das mal an, was die hier haben. Also wie gesagt, Acryl-Case, das ist von mir. Wir haben hier eine kleine Box. Okay, da ist mein Acryl-Case, das ist schon mal da. Ach und, ein Booster-Pack. Es ist Obsidian-Flammen in Englisch. Neuestes Set, ist okay. Oder so als Gratis-Booster, was man mitbekommt. Obsidian-Flammen, Freunde. Kann man mitnehmen, kann man annehmen. Ist jetzt kein Schmutz-Booster, irgendwie, weiß ich nicht, Astral-Glanz oder sonst irgendwas anderes, aber ist eine gute Auswahl. Ist jetzt auf Englisch, das finde ich ein bisschen schade, weil ich halt in den Anmerkungen reingeschrieben habe, bitte deutsche Produkte in die Mystery-Box packen. Dementsprechend ein bisschen doof, dass es jetzt ein englisches Booster ist, aber nehme ich an, ist okay. Vielleicht sind ja in der Mystery-Box nur deutsche Produkte drin, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn das Ganze der Fall ist, ansonsten macht es gar keinen Sinn, dort Anmerkungen zu geben. Genau vorne, hier einmal für euch nochmal Acryl-Box, die ich mir geholt habe. Für die Drachenwandel-Top-Trainer-Box. Wichtig und richtig. Aber hätte ich jetzt gewusst, dass das nochmal separat zu einer kleinen Box verpackt ist, dann, also ihr seht es einmal hier so, dann hätte ich den großen Karton schon längst geöffnet, Mensch. So, Freunde, das Ding ist auch... Da seht ihr es einmal mit uns gemeinsam. Oh, okay, da kommen ein paar Sachen raus. Da kommen ein paar Sachen raus. Ein paar Einzelbooster sehe ich hier, ich sehe Tins. Einzelbooster, Tins. Ich hole mal alles raus. Wir haben einmal glänzendes Schicksal, Freunde. Ich blende euch jeweils auch immer den Preis im Video mit rein, dass ihr sehen könnt, ob wir auch wirklich auf diese plus 10% auf dem Shop-Preis nochmal drauf kommen. So, einmal glänzendes Schicksal. Dann haben wir hier zweimal silberne Sturmwünde. Booster Packs auf Deutsch. Ehrenmann. Okay, hier ist alles auf Deutsch. Das finde ich gut, finde ich nett. Entwicklung in Paldea einmal. Wir haben Cardsleeves bekommen. Also das finde ich immer so ein richtiger L-Take, wenn die immer so Zubehör reinpacken. Cardsleeves. Manche packen ja Münzen, Würfel und sowas rein. Das finde ich halt so ein bisschen wack, muss ich ehrlich sagen. Also, wie gesagt, wenn ich eine Mystery-Box mir bestelle, dann möchte ich überrascht werden mit Pokémon-Produkten, die ich öffnen kann. So ein bisschen Variationen beim Ganzen. Warum packt man dann Sleeves rein? Also das finde ich so ein bisschen kleiner L-Take auf jeden Fall. Machen aber sehr, sehr viele. Wie gesagt, manche geben da sogar einfach nur Würfel rein und sagen, das ist irgendwas von wert. Finde ich ein bisschen schade. Aber dann haben wir... Ui. Oh, jetzt haben wir den zweiten. Den haben wir gebraucht, Freunde. Der gute Ollini, die Radiergummi-Kollektion. Haben wir tatsächlich noch gebraucht. Bei den Kart-Baddies fahren, wollte ich dir erst sagen, ob wir die mitnehmen sollen. Ja, jetzt siehste mal. Gut, dass wir die nicht geholt haben im Shop, sondern wir kriegen sie hier in der Mystery-Box nochmal mit dazu, Freunde. Und ein Dreierblister Karmesin-Purpur mit Arcani vorne drauf. Arcani, da habe ich auch überlegt gehabt wegen der Promokarte hier. Arcani, ob man den mitnimmt oder nicht tatsächlich. Mit diesem Galaxy oder Starfoil, was das ist. Und ich sehe hier schon die Box, wo ich dich auch gefragt habe. Oh, das ist eine übelste Schmutzbox. Also davon, von dem Produkt halte ich echt nicht viel, Freunde. Was haltet ihr denn von dem Produkt? Schreibt es mal gerne rein. Da sind ja diese anderen Tints, nicht die normalen, die wir kennen, mit einer Promokarte vorne drauf, sondern einfach so eine Standard-Tint. Also ich finde das Produkt ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Ist halt ein bisschen cooler zum Aufbewahren. Aber an sich feiere ich dieses Produkt überhaupt nicht. Aber du hast neulich echt danach gefragt, ne? Als wir bei den Cardboardys waren, was das überhaupt für ein Produkt ist, Freunde. Ich stelle es mal hier an die Seite. Was haben wir denn noch da? Ich glaube, ein Produkt kommt noch hier. Oder auch nicht. Nö. Tatsächlich war es das gewesen. Das ist die 50 Euro Mystery Box. Okay, vorne ganz kurzer Einschnitt. Wir sind gerade dabei, die Preise rauszufiltern bei dem Ganzen. Ich suche gerade, also bei Tin, die eine, die wir geöffnet haben, die finden wir nicht. Genauso wie hier die Olini Radiererblister auf Deutsch gibt es ebenfalls nicht. Finde ich auch ein bisschen doof, sag ich mal, ne? Wenn in der Mystery Box geworben wird mit Shoppreis plus 10%, was man rausbekommt, aber die Sachen gar nicht im Shop gelistet sind. Also wie gesagt, ich habe es euch auch am Ende gesagt, das hier ist wahrscheinlich ein Ladenhüter gewesen. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass er den loswerden wollte. Ist auch nicht mehr gelistet. Finde ich halt doof, ne? Intransparent ein bisschen. Das ist ein bisschen intransparent. Und dann hier, seht ihr es auch nochmal auf Englisch, der Blister für 7 Euro. Auf Deutsch ist er nicht mehr aufwendbar hier. Leider. Also wie gesagt, Freunde, das finde ich ein bisschen intransparent tatsächlich. Wenn man mit Shoppreisen wirbt, dann sollte man auch die Preise ausstellen und die Waren im Shop haben, die man in der Mystery Box packt. Finde ich auch ein kleiner L-Take zu den Sleeves zusätzlich. Also das finde ich echt nicht gut. Da ist Verbesserungspotenzial. Weil Poker wird, falls ihr das Video schaut. Genau, hier habt ihr mal so einen kleinen Punkt. Wo fangen wir denn nur an? Vielleicht mit den Einzelboostern. Mit den Sleeves. Wir fangen mit den Sleeves an. Aber wie gesagt, das ist ein richtiger L-Take, dass man so Sachen reinpackt in Mystery Boxen. Aber ja, wollen die wahrscheinlich auch loswerden tatsächlich. Ich würde sagen, wir fangen echt mit den Einzelboostern an. Dann sind die schon mal aus der Welt geschafft. Ich finde, die sieht immer so schöner aus. Glänzendes Schicksal. Ja. Stell dir vor, wir ziehen da jetzt einen Glurak. Einen shiny Glurak einfach vorne. Das wäre jetzt unnormal. Okay. Der ist ein lockeres Booster hier. Dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt wieder einen Kartentrick. Ah, ich habe mich spoilern lassen. Ich habe mich spoilern lassen. Das ist doch echt. Man weiß nie, wie rum die Dinger sind. Oh, die sind gelb. Ja, das ist ja wieder ein älteres Set. Deswegen auch mit Kartentrick. Die gute Frieda. Moin. Rockmain. Pikachu. Gute FM. Aber wir haben noch eine Chance auf eine Trainer Gallery hier vorne. Hier ist ja wieder die schönen Trainer Gallery Karten, die wir haben. Nee, haben wir nicht. Das heißt, einfach einen Haufen nichts. Wir zocken dann gemeinsam Diablo weiter vorne. Die neue Season hat ja angefangen. Dementsprechend gehen wir da nochmal rein. Sind eigentlich jetzt öfter abends online. Es gibt sehr, sehr viel zu zocken. Baldur's Gate, Diablo, Pokémon TCG Online etc. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut sehr gerne vorbei. Twitch.tv slash Diezweibubu. Nee, passt. Vier Karten, ne? Hast du. Ja. Ja, dann passt das eigentlich. Der Humanolith. Fentadel. Hast du deine Code-Karte gesehen? Ja. War die weiß oder schwarz? Nein. Okay, save war die weiß. Save war die weiß. Ja, schwarz. Echt? Woher musst du hier? Oh, eine Holo-Karte. Hashtag immerhin eine Holo-Freunde. Das ist, damals war es noch was wert, aber trotzdem Grütze. Tatsächlich. So, jetzt haben wir keinen Kartentrick. Es gibt heute hin und her, ey. Kartentrick, kein Kartentrick. Was haben wir denn hier Schönes am Start? Ich brauche mich drauf geworden. Ich wollte zwischen uns das wegwerfen. So, gute Snubull. Für Chili-Man. Für Chili-Man. Oh, Heido. Ups, ja, ne? Der Lilip. So, gib ich schade. Ist schon mal auf jeden Fall kein... Kein, äh... Glurak. Mist. Und ein Entei. Ah, die Schokolade. Okay. Obsidian Flames. Danke für nix. Wir bleiben uns treu, was das Set angeht. Und wir ziehen einfach nichts daraus. Perfekt. Ich glaube, in den anderen ist kein Obsidian Flammen. Ne, ne? Okay, da ist kein Obsidian Flammen dabei. Dementsprechend... Jo. Wir können schon mal besser ziehen als das. Ne, ist okay. Das ist ja das neue Set. Da wirst du nicht mehr gespoilert. Und kein Kartentrick, genau. Wir müssen jetzt immer hin und her switchen. Vorne Kartentrick, kein Kartentrick. Skaperor. Der ist cool, den kenn ich noch gar nicht. Ne, der ist aus dem neuen Spiel. Das ist einfach wie so ein Wüstenball da. Der da rum... Naja, du hast auch leider nichts. Okay, Einzelbooster-Freunde geht gar nicht. Wird man die jetzt nicht abwiegen können? Hätte ich schon fast gesagt, Digi hat ja die abgewogen, oder was? Aber, ähm... Gut, Silberne Sturmwende kann man abwiegen, ne? Aber die anderen beiden konnte man nicht abwiegen. Aber bisher, Poolrate sehr, sehr schwach. So, hab ich die Erde hier. Hab ich die Erde hier. Äh! Hab nichts gesehen. Drei, vier... Drei, vier... Dies war nicht nicht abgeworfen, ne? Für das Protokoll. So, wir haben eine Energiekarte vorne. Luxio. Rostiges Schwert. Also hier sind die ganzen Trainerkarten auch sehr, sehr wack tatsächlich. Ich glaub, in dem Set selbst, ähm, gibt es nicht sehr viel Value. Poutini, die Karte wird einfach bei McDonald's gereprintet, ne? Das Design, eins zu eins, ja. Morgan, vorne, dahinter könnte jetzt, glaub ich, das Shiny sein, oder nicht? Wollt ihr eins haben? Äh, wir haben einfach gar nix. Tatsächlich, einfach ein Booster mit nix. Einfach ein Booster mit nix. Wir gehen jetzt rein mit der guten Olini-Box. Das ist cool, dass wir jetzt auch gehen. Ja, ich hab auch die ganze Zeit dran gedacht, wir brauchen zum Ferculi, brauchen wir noch Olini. Ähm, jetzt haben wir ihn bekommen, find ich gut. Welches Booster möchtest du? Links, rechts? Das. Okay, Entwicklung aus Paldea. Da fehlen uns halt auch die Topkarten, ne? Entwicklung Paldea hat bisher noch nicht so gegönnt für uns. Olini, okay. So vorne, da ist der Bro. Wie gut, der hat auch einen Ehrenplatz verdient in unserem Schrank. Ich glaub, der hat auch ein bisschen Schiss, ey. Vor uns. Wenn wir nicht gut pullen, komm her. So, äh, nee. Find ich cool. Wie gesagt, wenn man radiert, dann hat er einen weißen Poppes. Vielleicht auch ganz witzig. Und er kommt mal hier in die Ecke. Der beäugt das Ganze mal kritisch, würde ich sagen. Möchtest du anfangen? Dann hauen wir raus. Du hast keinen Kartentrick. Genau, du hast keinen Kartentrick. Ich hab dann gleich verloren, nur Ursprung. Piratina, Altart, Freunde. Wo ist er? Den brauchen wir halt auch noch. Vadribi. Lumi Spross. Rospino, den spiele ich doch. In unserem guten Bojan Deck. Tarnudel. Der Blip. Und L'Extreme U. Ich will er nicht. Okay, also bisher Puls. Boah, schwierig. Die Minifens waren am besten. Er ist so 1,5. Ich sag euch, 1,5,1 ist unser Set. Ihr alle meckert rum. Aber guck mal, wir öffnen alle anderen Sets und ziehen gar nichts. Das braucht es einfach. Stell dir vor, Mystery Box ist ein richtiger Bruch. Wir hatten ja schon mal eine Mystery Box bestellt gehabt. Bei Kofuku war das gewesen. Da war halt auch so ein bisschen Pokémon Go etc. drin. Aber da war Pokémon Go noch ein bisschen relevant gewesen. Aber da hatten wir auch einen kompletten Bruch. Wir haben nichts aus den ganzen Produkten gezogen. Also das ist vielleicht unser Fluch der Mystery Boxen. Keiner weiß. So, Vizca Goat. Zappler Leck. Gute Sworners. Zapplerdrin. Wir können hier, wie gesagt, Trainer Gallery Karten wieder ziehen. Giratina Altart würde ich mich freuen. Weil wir haben bisher nur Mautzinger gezogen. Als Altart. Oh, Kupidos Full Art. Ich glaube, den haben wir schon zweimal. Dieser Kack Kupidos. Aber nehmen wir an. Warum nicht? Eine Full Art vorne ist besser als eine normale V-Karte. dementsprechend annehmen. Annehmen. So eine Giratina Full Art hätte ich halt auch angenommen. Tatsächlich. Für so ein Lost Box Deck. Warum nicht? Aber endlich mal ein Hit. Wenigstens einer. Tatsächlich. Ich könnte die Liebe sein. Okay. Ollini ist ein Hit. Da gebe ich dir recht. Ollini ist ein Hit. Der muss das Ganze kritisch beäugen. Und seitdem er da ist, kriegen wir auch Puls. Tatsächlich. Seitdem er da ist. Vorne. Das nächste Produkt aus der Mystery Box. Akkani. Da gehen wir rein. Ich habe Bock auf ihn. Eine mega, mega schöne Promo-Karte tatsächlich. Ich würde sogar mal behaupten, neben Evoli oder den Evoli-Entwicklungen auch eine Promo-Karte, die ganz gut weggeht. Oder die teurer ist als ihr Counter-Fall. Aber ich glaube, alternativ hast du dort nur... Ist das der Knatter-Talks, Freunde? Ist das der Knatter-Talks, den wir dann haben? Bin mir gerade nicht sicher. Ich würde es voll feiern, wenn die als Radiergummi noch Relaxo machen. Oh ja, Relaxo als Radiergummi würde ich halt auch fühlen, ne? Den würde ich auch mega fühlen. So, Freunde. Da haben wir einmal das gute Akkani. Schön, auch mit dem Polo-Effekt. Finde ich cool. Maglich. Finde ich nice. Gesellt sich mal zum guten Kupidos dazu. Und wir haben dreimal Karmesin und Purpur-Bayset, Freunde. Bayset haben wir eigentlich schon durchgespielt. Wir haben Mimi-Alt-Arts. Wir haben da echt verdammt gut gezogen, tatsächlich. Ich hätte mich, glaube ich, sogar ein bisschen mehr über Entwicklungen aus Paldea gefreut, weil wir da viel mehr Karten benötigen. Aber, ich wollte gerade sagen, geschenkten Gaul schaut man sich ins Maul. Wir haben dafür bezahlt. Okay, mal schauen. Vielleicht so eine Mimi 2.0. Wer weiß. Voltreen. Raffel, das bist doch du wieder, ne? Der Rabigator. Boah, Freunde. Das haben wir auch seit Ewigkeiten nicht geöffnet. Aber wie gesagt, da sind wir immer aus dem Weg gegangen, das Set zu öffnen, weil wir schon alles eigentlich draus gezogen haben. Vielleicht wollen wir gleich die PIN nochmal öffnen. Vorne brauchen wir einen Kartentrick, weil da bin ich mir nicht mehr sicher, was wir denn in der TIN für Booster haben. Der Flanywal. Was ist denn alles hier? Du musst mehr schwer... Hier, Karmesin-Turpo spielen, glaube ich. Der Florgas. Gutes Slime auch mit Gifttaschen. Und Raffles. Jetzt haben wir die Vorentwicklung. Und Miraydon. Leider nicht EX. Vor dem Miraydon. Wie gesagt, so ein Deck aus Miraydon würde ich mir auch gerne mal zusammenstellen. Da fehlt mir aber Miraydon selber. Da fehlt mir einfach eine gute Miraydon. So, Arcani, komm. Kann doch nicht sein, dass wir nur Pomo-Karten als gute Hits hier haben. Das wäre echt ärgerlich. Hier vorne Magneton. Sehr gute Wummer. Druf. Mob-Tiff. Ansonsten kommt jetzt bald auch Paradox Rift raus vorne. Da, wenn wir auch noch mal reingehen. Display öffnen. Da ist ein oder andere Produkt ebenfalls. Miraydon und... Das ist schon wieder eine richtige Null Nummer 3er Blister. Ich habe Obsidian Flammen Flashbacks. Also das kann doch nicht sein. Vorne. Ist das bei euch auch so schlecht? Von den Pulsraten her. Aber Last Chance. Wir haben noch die Tin hier. Einen guten Vulvarock. Vargasso. Wie Schuhe da wieder heißt. Und unser Boy. Morenta. Mit Larissa am Arm. Richtig. Okay. Ich glaube, den müssen wir mit einer Schere öffnen. Tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe solche Tints mir noch nie gekauft. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was wir für einen Inhalt haben und was für Boosterpacks tatsächlich da drin. So, Freunde. Wir haben... Ja, das... Oh mein Gott. Sicher Kampfstile. Oh mein Gott. Vorne, nee, oder? Digger Schmutz. Aber das verstehe ich halt auch nicht. So Produkt... Inhalt so und Verpackung. Das ist ja... Das passt gar nicht zusammen. Da ist ja einfach nur Luft drin tatsächlich. Und eine Evoli-Münze nehmen wir an, nehmen wir mit. Aber ansonsten das ja... Für drei Boosterpacks, da gibt es schlauere Verpackungen. Wenn ihr überlegt... In den Celebration Mini-Tints haben die auch drei Boosterpacks reingepackt. Von der Verpackung her... Viel, viel schlauer gewesen. Aber hier ist Kampfstile drin. Oh nein. Oh no, Freunde. Das ist ja richtig kürze. Kampfstile, zweimal verlorene Ursprung. Das war vielleicht von der Zeit, war das ganz cool, verlorene Ursprung zu öffnen. Aber Kampfstile, der macht alles kaputt. Möchtest du es öffnen? Den Schmutz. Komm, mach mal den Schmutz auch. Dass es ganz schnell hier weg vom Fenster ist. Kampfstile, Freunde. Boah. Da haben wir ja auch elendig schlecht gezogen. Das wollte keiner haben. Ich glaube, du kriegst mittlerweile immer noch Displays für knapp über 100 Euro. Oh, tatsächlich. Krebetag. Schwertold und Schildrich. Servus. Gude Snake. Ich glaube, in Strahlen der Sterne war doch Sanaconda-Freunde in Altart. War das Strahlen der Sterne? Hier hast du schon mal nichts und dahinter auch nichts. Ich sag ja, das ist ein... Kampfstile ist ein Set, Freunde. Ehrlich. Das ist ein Set. Okay. Zweimal Falle ohne Ursprung. Zweimal Chancen auf Giratina Altart. Die tendiert es halt echt nicht vom Inhalt her. Also muss man schon sagen. Ich verstehe, warum die nicht weggeht. Auf jeden Fall. Ich hab wieder einen Vista-Marker. So, Freunde. Was haben wir denn schönes hier? Seemon. Ein Hydro-Strahl. Ich glaub, der ist gar nicht mal so schlecht. In manchen Decks. So ein paar Fun-Decks. Mit Seemon, Seedra-King. Können eigentlich ganz gut spielen. Paragoni. Mahakoni. Fritz Blitz. Schneebedeck. Boah. Was ist das für eine Pull-Rate bei uns? Ich verstehe das echt nicht. Einen haben wir noch. Alter, aus der gesamten Mystery-Box vorne. Ein Hit. Und Arcani. Öff. Sag ich nur. Öff. So, last chance. Last Pack Magic. Komm. Du musst das Ding noch hier rausreißen. Also wenn wir jetzt Geratina ziehen, ist ja immerhin etwas. Hat das Ding nochmal gerettet auf jeden Fall. Aber ich vermute mal, das wird ein trockener, Freunde. Und wir gehen mit einem richtig, richtig harten Bruch hier raus. Tatsächlich. Aber ich habe die Pull-Raten gar nicht so schlecht in Erinnerung. Entweder haben wir da echt sehr, sehr viel Pech, Freunde. Ja, es ist sehr, sehr viel Pech. Tatsächlich. Mischla Raffel, ey. So fühle ich mich auch. Mit dem Boy hören wir mit dem Opening auf. Das war, äh, die Pull-Raten waren ja unnormal schlecht, tatsächlich, Freunde. Ähm, kann jetzt, Proke wird nichts dafür, dass man so schlecht pullt. War an sich, war eigentlich die Mischung, was da immer gut ist. War die Mischung okay, ne? So war ein bisschen was Neues, was Ältere. Also, ich vermute mal, die Pin ist ein Ladenhüter, die, die will man loswerden, ne? Ähm, die anderen Sachen waren, aber auf jeden Fall okay, ne? So Karmesin-Purpur, ein bisschen durchgemischt, äh, vielleicht hätte ich anstatt von Karmesin-Purpur, Dreier-Blister mit Arcani, hätte ich vielleicht nochmal Obsidian-Flamm reingepackt. Finde ich einen Ticken cooler, aber ich finde, Karmesin-Purpur ist vertretbar. Ähm, die Einzel-Booster haben überhaupt nichts gegönnt. Mit dem Code sehr harsch, ne? Dieser englische Obsidian-Flamm, wär halt ganz cool, wenn ich angebe, in Anmerkung, ich möchte Deutsch-Produkte haben, dass man vielleicht diesen Gratis-Booster in derselben Sprache anbietet. Wär vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber im Großen und Ganzen vorne. Ihr habt den Preis bisher gesehen, ähm, wir gucken gleich nochmal nach, ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht vom Preis her, aber ist eine okaye Box. Die Pull-Rate hat mich gerade ein bisschen, ein bisschen gebrochen, aber an sich, äh, von den Produkten her war, war ganz in Ordnung, ne? Für 50 Euro kann man, kann man, glaube ich, nicht meckern. Ihr Lieben, falls doch, dann nehme ich die Aussage zurück, wenn der Preis weit deutlich drunter ist. Aber, ähm, genau. Was haltet ihr von so Mystery-Boxen? Seid ihr ein Fan von, oder sagt ihr eher Finger weg bei dem Ganzen? Schreibt nur sehr gerne rein in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.